Mit den Geschenken sind wir so eine Sache, da wissen Sie selber auch, was wir uns schenken werden. Damit Klarheit herrscht. Geld spielt bei uns keine Rolle, solange wir noch Kredit haben. Die Frage ist jedes Jahr, was wir einander zu Weihnachten schenken sollen. Und wir beginnen immer schon Monate vorher an Schlaflosigkeit zu leiden. Es ist ein fürchterliches Problem. Vor drei Jahren zum Beispiel schenkte mir meine Frau eine komplette Fechtausrüstung. Ich fechte nicht. Und ich? Ich bekam von ihm eine zauberhafte Stehlampen. Vor zwei Jahren verfiel meine Frau auf eine Schreibtischgarnitur aus kararischem Marmor. St. Briefbeschwerer, Brieföffner, Briefhalter, Briefmappe. Ich schreibe nicht. Mein Mann überraschte mich mit einer zauberhaften Stehlampen. Und voriges Jahr erreichte die Krise ihren Höhepunkt, als mir meine Frau eine persische Wasserpfeife schenkte. Ich rauche nicht. Mein Mann bedachte mich mit einer zauberhaften Stehlampen. Heuer trieb uns die Suche nach passenden Geschenken beinahe in den Wahnsinn. Gute Freunde informierten mich, dass sie meine Frau in lebhaftem Gespräch mit einem Grundstücksmakler gesehen hätten. Wir haben ein gemeinsames Konto. Ach, für das meine Frau auch alleinzeichnungsberechtigt ist. Erbleichend nahm ich sie zur Seite, Liebling, das muss aufhören. Geschenke sollen Freude machen und keine Qual sein. Deshalb werden wir uns nie mehr den Kopf darüber zerbrechen, was wir einander schenken sollen. Wir müssen vernünftig sein, wie es sich für Menschen unseres Intelligenzniveaus gezieht. Lass uns jetzt ein für alle mal schwören, dass wir einander keine Geschenke mehr machen wollen. Ich fiel ihm um den Hals, denn auch ich hatte an eine solche Lösung gedacht und mich nur nicht gewagt, sie vorzuschlagen. Jetzt war das Problem für alle Zeiten gelöst. Am nächsten Tag fiel mir ein, dass ich meiner Frau zum bevorstehenden Fest doch etwas kaufen müsste. Als erstes dachte ich an eine zauberhafte Stehlampen. Zehn Tage vor dem festlichen Datum passierte etwas ganz Kurioses. Ich kam gerade mit einem Paket nach Hause. Als ich mein Mann wutentbrannt auf mich stürzte, mir das Paket entwand, es aufriss, eine Schere ergriff und damit begann, die Hemden, die ich für ihn gerade aus der Wäscherei geholt hatte, zu Konfetti zu verarbeiten. Er hatte wohl gedacht, dass ich mich nicht an unsere Abmachung halten würde, keine Geschenke an Weihnachten zu geben. Wie schändlich von mir, meine kleine Frau, die beste Ehefrau von allen, so völlig grundlos zu verdächtigen. Ich sagte dann auch zu meinem Mann, dass wir Vertrauen zueinander haben müssen, sonst ist es mit unserem Eheleben vorbei. Wie bereits angedeutet, wollte ich meine Frau an Weihnachten doch noch mit einer Kleinigkeit überraschen. Also schnappte ich mir ein paar Schuhe von ihr, damit die Schlangenlederschuhe für sie nach Maß angefertigt werden konnten. Völlig fassungslos war ich, als ich meinen Mann mit ein paar Schuhe unterm Arm erwischte, als er sich aus dem Haustort drucken wollte. Sofort begriff ich, was er damit wollte. Sie schrie mich an, was für ein charakterloses Monstrum ich sei, dass ich mich nicht an unsere Abmachung halte, aber ihr Vorwürfe gemacht hätte. Dabei sei sie völlig unschuldig gewesen. So konnte es nicht weitergehen. Wahrscheinlich würde er mir auch noch Vorwürfe machen, wenn ich ihm nichts schenke. Und so erneuerten wir unseren Eid im hellen Schein der elf zauberhaften Stehlampen. Wir schworen uns bestimmt und endgültig keine Geschenke zu kaufen. Endlich war der Weihnachtstag da. Ich empfing meinen Mann festlich gekleidet im Speisezimmer. Auf dem großen Speisezimmertisch hatte ich alles geschmackvoll arrangiert. Einen neuen elektrischen Rasierapparat, einen Kanarienvogel komplett mit Käfig, eine Brieftasche und ein Kofferkramofon. Er aber stand da wie geläbt und brachte kein Wort hervor. Meine Frau starrte mich ungläubig an. Sie konnte es nicht fassen, dass ich mit leeren Händen gekommen war. Ich schrie ihn an. So behandelst du mich? Nur einmal könntest du mir eine kleine Freude machen. Aber das fällt dir ja gar nicht ein. Pfui, pfui, pfui. Geh mir aus den Augen. Ich will dich nie wieder sehen. Und erst, als sie geendet hatte, griff ich in die Tasche und zog die goldene Armbanduhr mit den Zaphiren hervor. APPLAUS Vielen Dank.